Gute Nachrichten Ein Richter hat entschieden, dass Chris Brown nicht ins Gefängnis muss, da er sich gut in der Entzugsklinik macht. Nachdem der Sänger 2009 wegen Körperverletzung von Rihanna auf Bewährung freigesetzt wurde, konnten Zeugen beweisen, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Sein Anwalt sagte, dass er in der Klinik große Fortschritte macht. Dem 24-Jährigen wurde ein dreimonatiger Aufenthalt in einem Behandlungszentrum und 109 Stunden gemeinnützige Arbeit angeordnet. Und dieses Mal ist der R&B-Star gut dabei weggekommen. Der Richter erinnerte ihn daran, von Drogen fernzubleiben und regelmäßig seine Medikamente zu nehmen. Chris wirkte wie ein anderer Mensch, als ihm kürzlich gestattet wurde, die Entzugsklinik für eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu verlassen. Der Sänger sah glücklich aus und posierte mit der ganzen Mannschaft für ein Bild. Weiter so, Chris! Der Sänger Der Sänger Der Sänger Vielen Dank.